hallo minecraft willkommen zur nächsten folge hermit pack hermit craft wie auch immer ihr das nennen möchtet wir sind auf der suche nach rohstoffen und begeben uns gerade nach unten und ich weiß immer noch nicht wie ich die tinkers construct da ist eine hülle ist das für ein block ist das für ein block erwarten bestimmt zombies auf mich das ist ein baum das ist ein baum mitten mitten unten drin was ist hier los warum ist ein baum das sind mehrere bäume was ist hier los und sind da bäume was das für ein teil torium warum ist hier erde warum warum sind hier bäume also erde ja okay kein problem bäume das verwirrt mich doch zunehmend ist wir haben ja nie gesehen dass die hier random hundert tage einfach bäume spawn das muss ein spezieller dinge sein irgendwie muss irgendeine note oder so irgendwas spezielles muss da sein mein ich will mich nicht beschweren ja aber es ist halt komisch vor allem ist hier so dunkel da muss man dann so viel ausleuchten so Ich will eigentlich gerade da hoch! Warum lässt du mich nicht? Ich will den Raum voll abholzen. Der Müllabfuhr war auch schon da. Wo ist da jetzt noch ein Baum? Also ein Holzversteck. Da hinten. Da oben auch noch. Ah, hier. Das naheliegendste fällt eigentlich auf. Oh, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich erst recht nicht. Also wir sind jetzt hier ziemlich schnell runtergekommen, ja. So viel, so weit, so gut. Gold gibt's hier. Saphir gibt's hier. Osmium gibt's hier. Was ist denn das Grüne, was da mit rauskommt? Heredot. Was ist das? Okay. Ich hab schon gedacht, das wäre vielleicht, äh, Aluminium. Oh, Redstone. Noch mehr Redstone. Und Bauxippt. Oh, oh. Der hat nicht gesehen. Scheiße, ich werde sterben. Noch nicht. Ich sollte vielleicht essen nicht, dass ich, äh, mal. Sonst regeneriere ich nicht mehr. So. Können wir mal gucken, was hier noch ist. Oh, oh. Hallo. Du da. Guck mal. Hallo. Ja, genau so. So ist fein. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Okay. Okay. Das ist. Da tropft Lava. Das sind Diamanten. Diamanten. Jawoll. So, was verbrauchen wir da jetzt? Ein bisschen in den Koppel. So, dann machen wir mal alles zu. Dann haben wir auf vier, fünf Diamanten. Das ist doch mal ein guter Anfang. Also, ich bin zwar nicht wegen Diamanten hier, aber wenn die da sind, wieso sollte ich nein sagen? Wenn die schon mal da sind, dann nehmen wir die auch mit. So, bleib. Dann haben wir hier. Black Quartz Ore. Da oben steht irgendwas. Oh, gerade noch. Das war ein bisschen knapp. So, das können wir jetzt weghauen. Ich glaube, wir könnten zwei Äpfel essen, oder? Hä? Warum ist da jetzt nur noch einer da? Und warum... Warum ist das ein normaler Stein? Hakenstone? Hä? Oh, hier gibt es so wieder Rohstoffe. Okay, hier sind wir am Ende. Dann fangen wir hier mal an und nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Okay. So, da ist nichts mehr. Dann haben wir wieder Black Quartz und Gold. 23 sind wir schon. Und der Abstieg ging recht schnell. Da ist noch hier Lorium. Das können wir auch gebrauchen irgendwann, hoffe ich. Aluminium brauchen wir noch. Aluminium kommt aber, glaube ich, weiter oben vor. Oh, Osmium ist ein cooler Werkstoff. Ich glaube, damit kann man sich gutes Werkzeug bauen. Ich weiß immer noch nicht, was ich nochmal mit dem Bauxid anfangen konnte. Wir konnten ja mal suchen. Bauxid. Ah, genau. Genau. Mit dem Pulver konnte man, soweit ich weiß, das ist. Ich meine, dass man damit eine größere Ausbeute irgendwie erreichen konnte. Der Basalt hier ist halt auch geil. Ja, den brauchen wir, den brauchen wir zum Bauen. Und dann habe ich das Gefühl, dass in der Nähe von Basalt die Rohstoffe ein bisschen häufiger sind. Ist das hier vielleicht so? Hm. Inventar voll. Machen wir hier zweimal Gobblestone. Brauchen wir nicht so viel. Das ist halt das Wichtige. Ich befürchte nachher, wenn wir nach oben gehen, dass wir uns nach oben bauen müssen. Und dann kommen wir wahrscheinlich direkt am Berg raus. Das heißt, wir bauen uns viel zu hoch. Wir müssen uns so hoch bauen. Ich glaube, wir könnten uns auch bald mal einen Ofen bauen. So eine kleine Versorgungs-Base machen. Machen wir hier einfach mal. So. 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 Damit wir hier unten noch was haben, wo wir uns im Notfall zurückziehen können. So. 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 Kraufting-Jabel. Zwei Purmasse. diese Kohle und Eisen wollte ich da rein machen. Noch mal vorne ist und da hauen wir gleich mal ein bisschen Gold rein. Und dann machen wir uns noch zwei, eine Doppelkiste. So. So. So sieht das schon gut aus. Und dann haben wir schon gar nicht mehr so viel Zeug im Inventar. Ja genau, Diamanten und so Zeug könnte ich hier auch mal reinlagern. Was da ist da alles mal raus, was wir hier nicht brauchen. Das Bett nehmen wir mit. Was ist das? Clay? Untertage Clay? Was ist so denn das? Also ich sag nicht nur einen. Im Gegenteil. Ich wundere mich nur, was hier alles möglich ist. Also ich muss sagen, die Expedition hier runter war schon mal von Erfolg gekrönt. Wir finden einen Haufen Stuff. Leider noch kein Aluminium. Da sind wir wieder beim Baum. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb hier unten Bäume wachsen. Was könnte da sein, dass da Bäume wachsen? Trotzdem gerne mal noch hier Aluminium. Ich weiß es. Ich bin der Meinung, ich bin zu tief. Achso, ich mache gerade voll den Bockmist eigentlich. Durch das, dass ich das Zeug schon schmelze. Ich kriege doch oben in der Tinkerschmiede viel mehr Zeug raus. So, ich mache hier noch ein bisschen. Ein bisschen. 10. Ach, Mann. Die Textur von Aluminium ist so ähnlich. Deshalb habe ich kurz gedacht. So, gut. Wir hätten hier denn alle best. Und wir hätten wir doch nicht. Da geht es noch mal nach unten. Ah, da war ich aber schon mal. Okay. Aber hier wollen wir nicht bleiben. Dann gehen wir doch nach oben. Oh. Der ist ein Flatter-Maus. Und dann können wir hier nämlich rüberhütteln. Einmal. Wir können uns sogar machen uns einmal eine Türe. Oh Gott. Kriegen wir gleich drei. Ein bisschen Licht noch. Und dann war es das in dieser Folge Minecraft Sky... Äh. Mäh. Fehler. Von Hermit Pack. Ja. Ähm. Wir haben einiges an Zeug gefunden. Einen Haufen Basalt. Marble auch ein bisschen. Aber hauptsächlich ein paar Ors, auf die es uns ankommt. Ja. Ähm. Wie gesagt, Fehler habe ich gemacht, dass ich das Gold zum Beispiel eingeschmolzen habe, weil... Ähm. Oben beim Tinkers-Dings da kriege ich ja... Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Viel mehr raus. Wir haben unsere ersten Diamanten gefunden. Das ist auch sehr geil. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder beim Hermit Pack. Bis dahin. Ciao. Minecraft.